Halli Hallöchen ihr Lieben und Willkommen zu einer kleinen Top- und Flop-Liste an Videospielen, die es für mich dieses Jahr gab. Es ist ein bisschen was zusammengekommen. Ich habe einiges dieses Jahr gespielt und da habe ich einfach mal ein kleines Ranking gemacht, so von den besten Spielen oder Spielen, wo ich gesagt habe, ja, die waren richtig gut, da hatte ich auch richtig Spaß, da habe ich richtig reingesuchtet, zu spielen, von denen ich dann doch eher sehr enttäuscht war dieses Jahr, auf die ich mich vorher wahnsinnig gefreut habe. Und dann saß ich da und dachte mir, warum spielst du das eigentlich? Nee, mach mal nicht. Aber wir möchten natürlich erst mal mit den positiven Spielen dieses Jahr anfangen. Man startet immer erst mal positiv, bevor es dann die Schelle gibt. Und zwar fangen wir da einfach mal an mit Platz Nummer 6 auf meiner Liste. Und zwar für mich doch sehr überraschend, aber dann doch wieder, ja, mit so einem kleinen Hinternenttäuschung. Deswegen auf Platz 6 Pokémon Arceus. Es kam relativ am Anfang des Jahres raus. Es war ein schönes Pokémon Spiel mit neuen Mechaniken. Dieses Fangen mit dem Ball. Ich habe es geliebt, da rumzuschleichen, den Viechern einfach den Ball an den Kopf zu werfen und sie einzufangen. Es war großartig. Also das Gameplay, mega. Hat mich wahnsinnig überzeugt, warum es auf Platz 6 gelandet ist und gerade so in der Top-Liste gelandet ist. Grafisch, ne? Da brauchen wir nicht drüber streiten. Grafik ist in dem Spiel der letzte Rotz gewesen. Ganz ehrlich. Also anhand der Grafik hätte es auf die Flop-Liste landen müssen. Aber vom Gameplay her, hat es halt so viel Spaß gemacht, dass ich echt in dieses Spiel reingesuchtet habe. Ich habe es durchgesuchtet. Ich hatte wahnsinnigen Spaß an diesem Spiel. Und deswegen ist das für mich auf Platz Nummer 6. Platz Nummer 5. Ein schnuckeliges kleines Spiel, was ich euch echt ans Herz legen kann. Ich habe nicht so viel reingesuchtet, wie ich am Anfang gedacht hätte, weil man irgendwann in so einen Kreislauf kommt, wo man sich denkt, ja, jetzt ist auch gut. Und zwar handelt es sich bei dem Spiel um Steaklands. Hat der eine oder andere vielleicht schon mal irgendwo auf einem anderen Kanal gesehen. Es ist ein super niedliches Kartenspiel an sich, aber dann doch Adventure. Also man schnappt sich die Karten, zieht zum Beispiel einen Bewohner auf einen Baum und bekommt dann Holz raus. Also es ist halt, es hat mit Craften zu tun, es hat mit Erkunden zu tun, es hat mit Sammelns zu tun und das alles nur mit Karten, die man hin und her schiebt. Ein mega geiles Konzept. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und der Clou an der ganzen Geschichte ist, das Spiel kostet unter 5 Euro. Ich glaube, es waren drei oder so. Also es ist echt nicht teuer. Wer also jetzt fürs neue Jahr noch eine Kleinigkeit sucht, womit er sich beschäftigen kann, ich empfehle echt Steaklands. Aber weil ich halt nicht wirklich reingesuchtet habe oder nicht lange, dann ist es für mich auf Platz Nummer 5. Platz Nummer 4 in meiner Top-Liste. Auch wieder ein süßes, kleines, schnuckeliges Spiel, was man recht schnell durch hat. Und zwar A Little To The Left. Kennt wahrscheinlich von euch so gut wie gar keiner, aber es ist ein Spiel für so richtige Monks. Kennt ihr das? Die Leute, die sich denken, oh, das Bild hängt aber so drei Millimeter zu schief. Erstmal drangehen und an Bilderrahmen so schieben, dass das Bild gerade hängt. So könnt ihr euch A Little To The Left vorstellen. Ihr habt ganz viel Krempel, müsst es in einer Schublade sortieren, dass alles reinpasst, alles seinen richtigen Platz und seine Ordnung hat. Ich liebe sowas. Sortieren, umsortieren, zusammenpacken, ordnen. Also da hat mich das Spiel wirklich gecatcht. Und ich muss auch sagen, ich glaube, es kam im November raus. Ende Oktober, Anfang November. Irgendwie so. Und ich mache bis heute oder ich versuche zumindest immer jeden Tag eine Daily Challenge zu machen. Also man hat das Hauptspiel, was man im Prinzip, ich finde, relativ zügig durchkriegt. Man kriegt es bestimmt an einem Tag durch, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit lässt und ein bisschen mehr Challenge zu machen. Und jetzt über die Weihnachtstage waren halt extra so Weihnachtschallenges. Also das Spiel kann ich euch auch gerne ans Herz legen, wenn ihr da Bock drauf habt, so kleine Sachen so zu sortieren, aufzuräumen, wie auch immer. Auf Platz Nummer 3 war für mich dieses Jahr Dreamlight Valley. Jetzt schlagen sich wahrscheinlich einige die Hände über den Kopf und denken sich, oh mein Gott, warum? Aber ihr habt es ja auf meinem Kanal auch schon vielleicht mitbekommen. Ich hatte auch schon eine Let's Play Reihe zu Animal Crossing, was ich halt wahnsinnig liebe. Und Dreamlight Valley hat mich total an Animal Crossing erinnert. Nur halt für den PC, mit Disney-Charakteren, mit Quests. Man hatte halt auch was zu tun. Ich fand, bei Animal Crossing war irgendwann so dieser Punkt, wenn man theoretisch die Story ja durch hatte und das komplette Bau- und Terraforming-Tool hatte. Klar hast du dann deine Insel umgebaut und gestaltet und dann war es das. Also für mich war es das. Weil mir fehlte dann Content. Mir fehlte dann definitiv was zu tun, weswegen ich dieses Spiel seit Ewigkeiten leider nicht mehr angefasst habe. So sehr ich es auch liebe. Und Dreamlight Valley war halt einfach wieder so ein, es hat mich wieder in diesen Bann gezogen. Dieses, man konnte seine Insel da, seinen Bereich konnte man oder kann man dekorieren. Man kann die Häuser egal wohin setzen. Man schaltet nach und nach verschiedene Bewohner frei, die für einen dann eine ganze Menge und Reihe an Quests haben, die einen wirklich auf ewig beschäftigen. Also man ist wirklich lange damit beschäftigt, für alle Charaktere dann Level 10 zu erreichen. Man schaltet damit dann neue Gegenstände frei und neue Kleidung. Und also das Spiel habe ich auch sehr durchgesuchtet. Es sind jetzt, oder es ist jetzt vor kurzem ein neuer Update dazu rausgekommen. Ich glaube, jetzt hat man, also es kommen halt nach und nach neue Charaktere auch. Jetzt kam Toy Story irgendwie rein, habe ich in Bildern gesehen. Hat mich noch nicht ganz so interessiert, weil ich auch Toy Story damals nie groß geguckt habe. Aber ich werde da in Zukunft definitiv auch nochmal weiter reingucken, wenn es denn dann auch im Vollrelease ist. Es ist nämlich noch im Early Access. Das darf man dazu auch nicht vergessen. Dann auf Platz 2. Ein Spiel, was mich sehr überrascht hat, wo ich nicht mit gerechnet habe, dass ich da doch so sehr drin versinken werde und so reinsuchten werde, ist Lost Ark. Das hatte ich ja schon auf meiner Liste, wer sich erinnert, von Spielen, die wir als nächstes spielen sollen, als ich da geguckt habe, okay, was könnten wir jetzt im Austausch auf dem Kanal bringen. Da war auch Lost Ark in der Liste. Und zwar handelt es sich hierbei um ein MMO mit einer Top-Down-View. Du rennst durch die Welt, Quest ist klar, machst da deinen ganzen Schnickschnack. Aber es hat so reingesuchtet und so viel Spaß gemacht. Ich glaube, es lag aber auch daran, dass man wieder auch Leute hatte, mit denen man zusammengespielt hat. Ich finde, MMOs alleine sind oft langweilig. Also zumindest am Anfang. Aber ich hatte so ein kleines Grüppchen und es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und es sind so viele neue Patches dazu gekommen, dass ich da definitiv nochmal wieder reingucken werde. Die Tage. Muss ich. Also da muss ich auf jeden Fall mal weitermachen. Auf Platz Nummer 1 steuern wir jetzt ein bisschen wieder weg vom PC. Wobei Pokémon war ja auch kein PC-Spiel. Die anderen waren bisher alles PC-Spiele. Und zwar habe ich, also mein absolutes Highlight dieses Jahr, wo ich auch immer noch nicht durch bin, da muss ich noch weitermachen, ist für mich Horizon Forbidden West auf der PlayStation 5. Dieses Spiel ist so grandios. Ich liebe es einfach. Ich habe schon den ersten Teil geliebt und durchgesuchtet. Und bin halt jetzt relativ spät erst an eine PlayStation 5 gekommen, aber dann direkt auch included mit dem Game. Also so im Bundle. Und ich sitze da teilweise dann abends. So nach dem Abendessen denke ich mir, komm, ne, spielst du eine kleine Runde und plötzlich, oh, es ist Mitternacht. Hm, vielleicht sollst du mal im Bett gehen. Also man vergisst die Zeit. Man macht noch hier eine kleine Quest und da eine kleine Quest. Und denkt sich, okay, ich will die Hauptstory voranbringen. Und die Charaktere sind alle wunderbar und großartig, die Neuen, die man kennenlernt. Und diese ganze Story da im Westen, wie gesagt, ich habe sie noch nicht durch. Ich muss noch zu Ende spielen. Aber das ist für mich sowohl grafisch als auch gameplaytechnisch für mich in 2022 mein größtes Highlight gewesen. Wirklich. Also Horizon ist einfach ein wunderschönes Spiel. Dann habe ich noch zwei Spiele mehr oder weniger auf meiner Top-Liste. Also schon, es waren Top-Spiele für mich dieses Jahr. Aber sie stehen halt so ein bisschen abseits, da sie nicht in 2022 rausgekommen sind, sondern schon ein bisschen älter sind. Ich habe mich aber in den Spielen dieses Jahr erneut drin verloren und über mehrere Wochen hinweg reingesuchtet. Und zwar sind das zum einen Stardew Valley. Dieses Spiel könnte ich hundertmal spielen. Es macht unglaublichen Spaß. Ich habe das vor, ich weiß gar nicht wie viele Jahren. Das Spiel ist jetzt auch schon seit Ewigkeiten draußen. Aber ich weiß noch, als ich es damals gekauft habe, wie ich da schon reingesuchtet habe. Mit Listen, die ich mir erstellt habe. Mit dem Hof und Umbauen und Charaktere kennenlernen. Und im Laufe der Jahre sind dann ja auch immer mal noch so Patches dazu gekommen. Und ja, ich habe dieses Jahr meine Liebe wieder für Stardew Valley entdeckt und hatte bestimmt über zwei Monate wirklich Sucht. Da ging das jeden Tag. Und Spielen und Ausbauen. Und ich bin in dem Run dieses Jahr wesentlich weiter gekommen als in allen Runs, die ich bis dato vorher hatte. Ich glaube, ich habe das Spiel einmal durch. So, was auch die ganzen Story-Mini-Elemente sind. Gefühlt war ich durch und war einfach nur noch mein Hof fertig machen und farmen. Und da war dann für mich Schluss. Ich will aber auf jeden Fall noch das Spiel ein bisschen modden. Und zwar gibt es da ja diese Extended Version und noch irgendwie so andere Dörfer, in die man dann reisen kann. Ähm, das sind aber alles Mod-Geschichten und nicht vom Spiel im Prinzip selber, vom Ersteller. Ähm, aber Stardew Valley kann ich auch immer wieder jedem ans Herz legen, der auf sowas Bock hat. Und als zweites auf meiner, zwar Top-Liste, aber nicht dieses Jahr erschienen, ist Raft. Da habe ich mich auch ein bisschen wieder reingesuchtet. Ähm, habe ich auch eine ganze Weile gespielt, auch im Koop. Ähm, da sind ja, also es ist, ich meine, es ist dieses Jahr halt klar in den Full-Release gekommen. Aber Raft kenne ich auch schon seit drei Jahren, zwei, drei Jahre. Ich weiß gar nicht, wie lang es her ist, als es halt schon im Early Access rauskam. Da habe ich es schon gespielt. Und dann halt immer diese, diese Chapters mitgenommen. So, jetzt, ne, Chapter 1, hier hast du neue Inseln, neue Gebiete und neue Gegenstände. Chapter 2 und dann weiter gespielt in meinem Spielstand. Das habe ich alles damals mitgenommen. Und jetzt, als dann der Full-Release war, habe ich mich nochmal reingehängt und es erneut durchgesuchtet. Sowohl, wie gesagt, im Koop, als parallel zum Koop auch noch alleine. Wenn mein Koop-Partner keine Zeit hatte, dann habe ich alleine gesuchtet. Also von daher, Raft auch ein wunderschönes Spiel zum drin versinken über Wochen. So schön die Tops dieses Jahr auch waren und mit sechs beziehungsweise acht Spielen auf meiner Liste, die gut waren oder an denen ich Spaß hatte dieses Jahr, kommen wir nun zu den Flops, über die ich enttäuscht war und wo ich doch vom Spielerlebnis her relativ schnell dann abgebrochen habe. Wo ich bei einigen echt traurig drüber bin. Wirklich richtig traurig, weil es so schöne Spiele hätten werden können. Aber gut, fangen wir an mit Platz 4. Ich habe vier Liste auf meiner Flop-Liste. Auf Platz 4 für mich Overwatch 2. Ich habe Overwatch 1 sehr viel auch gespielt und sehr viel auch gesuchtet. Immer mal in Phasen, also nicht durchgängig. Ich hatte immer mal so zwischendurch Phasen, wo ich richtig Bock drauf hatte. Und dann habe ich gesuchtet und gespielt und gemacht. Und kurz bevor es dann hieß, Overwatch 2 kommt halt raus, hatte ich halt wieder so eine Suchtphase und habe mich mega auf Overwatch 2 gefreut. Und hing da auch dann an dem ersten Tag, als es dann released wurde, ich hing Ewigkeiten in dieser Warteschlange, um in dieses Spiel zu kommen, weil ich spielen wollte und so Bock hatte. Und dann war für mich Overwatch 2 doch sehr enttäuschend, so im ersten Moment. Ich hoffe, es wird noch besser. Ich habe das Spiel noch nicht komplett aufgegeben. Deswegen ist es für mich auf dem Flop Platz 4, zumindest so wie es aktuell ist, aus mehreren Gründen. Der erste Grund für mich war, es machte an sich keinen Unterschied zu Overwatch 1. Also man hätte da jetzt nicht sagen müssen, hey, neues Spiel, Overwatch 2. Wooo! Weil es sind, zumindest zum Umstellungs-Release, nenne ich es jetzt mal, einfach nur drei neue Charaktere reingekommen. Die ist so vorher dann auch, ne, mit Patches immer mal ein neuer Charakter oder so. Und irgendwie drei Karten, glaube ich. Und ein neuer Spielmodus. Das war für mich jetzt in erster Linie erstmal nicht so, ja, da hätte man jetzt nicht Teil 2, Großankündigung, Hype, etc. machen müssen. Da hätte man auch einfach sagen können, hier, habt ihr neue Klassen, habt ihr neue Garten. Ist ein Patch. So. Und, was mich wahnsinnig enttäuscht hat und was mir das Spiel, glaube ich, so ein bisschen kaputt gemacht hat, ist dieser beschissene Battle Pass. Ich hasse Battle Pässe. Ich finde die echt kacke. Ich hoffe, dieser Hype, was Battle Pass angeht, lässt irgendwann mal wieder nach. Ich befürchte aber nicht, weil die Macher damit echt gut Geld halt machen können. Das ist halt das Problem. Damit machen sie Geld. Und, ja, mich nervt es aber, weil ich will da nicht reinfinanzieren. Ich sehe da keinen Sinn drin. Und dann hat man, ne, erreiche Level 40 in diesem Battle Pass, um den Skin zu kriegen, den du haben willst. Ja, so ein Scheiß. Wenn man nicht viel spielt, hast du schon verkackt. Ja, so wie ich, die mal so zwischendurch dann so drei, vier Abende richtig Bock drauf hat und dann spielt und dann, ne, ist nicht meins. Wirklich nicht. Also da habe ich die Lootboxen mehr gefeiert. Lootboxen fand ich geil. Sorry. Okay, aber die haben Spaß gemacht, dann auch zu öffnen. Und, ne, was kriegt man? Und klar, das ist ja dann auch echt Kacke in den Boxen. Und manchmal hast du aber auch Glück gehabt. War für mich ein viel besseres Prinzip, als zu wissen, okay, bei Level 10 bekomme ich das, bei Level 12 bekomme ich das. Da ist die Spannung weg, da ist der Nervenkitzel weg. Keine Ahnung. Und was mich wahnsinnig genervt hat, sie haben von einigen meiner Charakteren, die ich am liebsten gespielt habe, haben sie einfach mal die Mechanik geändert. Da haben sie Sachen weggenommen, dann haben sie was anderes hinzugefügt, die spielen sich jetzt komplett anders. Ich war völlig verwirrt und irritiert und überfordert und hab mit den Charakteren dann nur noch verkackt. Und was für mich dann auch das Spiel so ein bisschen dann dadurch kaputt gemacht hat, weil ich einfach nicht mehr so spielen konnte, wie ich es gewohnt war. Ja, aber es soll ja noch irgendwie ein Story-Modus kommen. Es wird mit Sicherheit auch noch Patches geben, etc. pp. Deswegen ganz aufgeben werde ich Overwatch 2 nicht. Immer mal wieder zwischendurch eine Runde. Aber das war doch sehr enttäuschend für mich. So, genug über Overwatch gejammert. Mein Platz-3-Flop dieses Jahr war Brick Tales. Lego Brick Tales. Ich hab die Demo gespielt, als sie verfügbar war und fand das Spielprinzip richtig cool und richtig lustig, dass du dann da halt rumrennst in dieser Lego-Welt. Dann hast du da diese kleinen Bauaufgaben, musst dann wirklich selber was bauen, um zu gucken, wie kommst du da jetzt dann weiter. Zum Beispiel eine Brücke, um über eine Schlucht zu kommen. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Und ich habe mich sehr auf Brick Tales, auf den Release gefreut. Und hatte auch tatsächlich überlegt, machst du das als Let's Play? Weil ich wirklich Spaß dran hatte in dieser Demo. Genau, die hatte ich ja auch als Video gemacht. Hatte ich ja die Demo Let's Played. Und da habt ihr ja gesehen, wie gehypt ich war, wie viel Bock ich da drauf hatte. Und dann kam das Spiel raus. Ich hab's mir auch direkt gekauft und angespielt. Dachte mir, ja gut, nee, Let's Play lässt der erstmal. Spiel's erstmal so. Und dann war es doch irgendwie immer gefühlt so von Gebiet zu Gebiet so der gleiche Einheitsbrei. Es war gefühlt immer wieder das Gleiche. Du kommst da hin, die Leute haben dann Probleme, dann baust du da zwei, drei Türmchen, versuchst weiterzukommen. Und irgendwie hat mich dann das Spiel so im Verlauf verlassen. Da war ich dann so... Nee, hatte ich keine Lust mehr, es wieder anzumachen und zu spielen. Und ich werde es, denke ich mal, auch nicht zu Ende spielen. Und daher ist Brick Tales für mich auf Platz drei. Platz zwei. Ja, ich hab gehadert, ob ich Brick Tales oder das Spiel auf Platz zwei setze. Aber auf Platz zwei ist für mich der Bakery-Simulator. Da denkt man sich jetzt auch so, was? Was für ein Simulator? Bäckerei-Simulator. Ich habe wahnsinnig gerne den Cooking-Simulator gespielt. Der macht halt super viel Spaß, ne? Wo du dann da deine Aufträge kriegst, oh Kochen, und dann machst du deine Gerichte und schickst die raus. Und genau sowas habe ich mir bei dem Bakery-Simulator halt auch vorgestellt, ne? Man hat halt seine Bäckerei, man hat seine Zutaten, man mischt die Zutaten nach Rezept an, macht dann seine Brote oder Brötchen oder Croissants. Es ist ja auch alles schön und gut. Das hat auch Spaß gemacht. Aber was mir das Spiel ein bisschen kaputt gemacht hat, war, dass du im Prinzip, du hattest dann, sag ich mal, Tag eins, hattest, hattest dann an deinem schwarzen Brett zwei Aufträge, hast dann gesagt, gut, ich nehme erstmal den rechten, backe fünf Brötchen. Dann hast du fünf Brötchen gebacken, hast die in die Auslieferungskiste gelegt und anstatt zu sagen, okay, dann mache ich jetzt Auftrag zwei, ne, den gab es dann nicht mehr. Du konntest dich also nur entscheiden, ich nehme jetzt den. Und dann fährst du, und das hat vielleicht, dieses Backen von den fünf Brötchen hat vielleicht, ja, fünf Minuten gedauert oder zehn. Also, das hat halt nicht lang gedauert, ne? Teich eben anmischen, Brötchen formen, im Backofen schieben, fertig. So. Und dann fährt man halt selber, was ich eigentlich ganz cool finde, aber selber mit dem Auto lieferst du dann diese fünf gebackenen Brötchen an den Supermarkt, zum Beispiel. Und dann fährst du zurück zu deiner Bäckerei und beendest den Tag. Und dann startet der nächste Tag und du hast den nächsten Auftrag mit, backe ein Brot. Dann backst du ein Brot innerhalb von so drei, vier, fünf Minuten, lieferst das direkt wieder aus, fährst einmal wieder quer durch die komplette Stadt. Also, es war mehr Auslieferungssimulator als Bäckersimulator. Und da habe ich dann auch gesagt, nee, wisst ihr was, macht mir auch kein Spiel. Hatte ich so Bock drauf, hatte ich so Lust drauf. Für mich dadurch auf Platz zwei meiner Flop-Liste gelandet. Und Platz eins. Kommen wir zu meinem Flop des Jahres. Ein Spiel, auf das ich mich unglaublich gefreut habe, wo ich richtig Bock drauf habe, also ich habe immer noch, jetzt aktuell immer noch Bock auf dieses Spiel an sich, aber keine Motivation ist anzufassen, ist für mich leider Pokémon, Karmesin und Purpur. Ich habe den Purpur-Teil und ich habe teilweise, habe ich das auch, oder meine Anfänge und so, habe ich auch gestreamt. Ich hatte richtig Bock drauf. Ich habe auch, ich weiß noch, in meinem ersten Stream, so diese Anfänge, die du da hast, ich habe das Spiel voll gelobt und gehypt und war richtig so rosa-rote Brille. Ich nenne es mal die rosa-rote Brille. Ich war richtig begeistert. Klar gab es so ein paar grafische Sachen, die mich am Anfang gestört haben. Da dachte ich, ach gut, komm, wird schon. Und umso mehr ich dieses Spiel gespielt habe, umso enttäuschter war ich, umso trauriger wurde ich. Grafisch beschissen. Wirklich, also ich fand grafisch teilweise schlimmer als Pokémon Arceus, was es für mich ja gerade so auf die Top-Liste geschafft hat, weil halt das Gameplay geil war. Aber ich muss sagen, bei Purpur war selbst das Gameplay scheiße. Sorry. Sorry für alle, die ich damit enttäusche und die vielleicht auch sehr viel Spaß an diesem Spiel haben und es sehr gesuchtet haben. Für mich eine richtige Katastrophe. Dieses, du läufst, die Sachen tauchen relativ nah bei dir auf, alles ruckelt im Hintergrund, so drei Schritte von dir entfernt ruckeln die Menschen. Ich weiß, bevor jetzt alle schreit, es gab wohl einen Patch, der das Ganze behoben hat. Aber sorry, der Patch kam für mich zu spät. Ich habe vorher schon meine Liebe dafür verloren. Und ich habe bis heute den Patch noch nicht geladen und ich weiß auch nicht, ob ich dieses Spiel nochmal anfassen werde. Ich befürchte nicht, so sehr ich echt Lust drauf hatte und habe auf ein richtig geiles neues Pokémon-Spiel, so sehr hat mich Purpur echt enttäuscht. Ich hätte heulen können. So, ich liebe die Pokémon-Spiele. Ich liebe die Pokémon-Reihe. Ich liebe Pokémon generell. So, das hat mich seit meiner Kindheit, ich habe das allererste Pokémon, habe ich damals schon auf dem Gameboy gespielt. Das begleitet mich, seit ich denken kann, begleiten mich diese kleinen Monster. Und das hat mir echt so ein bisschen das Herz rausgerissen, weil ich fand Schwert und Schild fand ich super. Klar hatte das auch so seine Problemchen, wollen wir gar nicht darüber streiten. Aber das, was die da jetzt hingerotzt haben, sorry, geht gar nicht. Geht echt gar nicht. Also, deswegen für mich eigentlich verdient die Krone für den Flop des Jahres. Wirklich. Ich weiß nicht, was ich noch weiter zu dem Spiel sagen soll. Meine Enttäuschung. Aber, ja. Das war für mich wirklich die Enttäuschung pur dieses Jahr. So, damit haben wir die Gewinner. Top-Spiel Horizon Forbidden West und das Flop-Spiel Pokémon Purpur. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was so eure Highlights dieses Jahr war, was so das Spiel war, was ihr echt so an Position 1 in beiden Listen sehen würdet. Was so euer Lieblingsspiel das Jahr war und ein Spiel, wo ihr echt auch gesagt habt, boah, nee, geht gar nicht. Was soll der Scheiß? Ja. Mal gucken, wie 2023 wird. Ich habe da schon ein paar Spiele auf der Liste, auf die ich mich jetzt schon freue, auf die ich Lust habe. Wo ich aber jetzt schon wieder befürchte, so hoffentlich werden deine Erwartungen und Vorstellungen nicht wieder mit Füßen getreten, wie so bei einigen Spielen auf meiner Flop-Liste. Da hoffe ich sehr dran. Weil sonst bin ich wieder sehr traurig. Von daher gucken wir mal, was das Jahr 2023 an Spielen so bringt. Ich wollte mich jetzt abschließend noch ganz herzlich bei euch bedanken für eure Unterstützung, für eure Kommentare, für die ganzen Abonnenten. Ich weiß noch, wie ich Ende 2021 auf die Abozahlen geguckt habe und gedacht habe, boah, cool, du hast ganz knapp vor Jahresende noch die 100 geknackt. Da habe ich mich drüber gefreut und wir sind jetzt kurz vor 2023 bei über 260 Abonnenten. Es sind noch mal 160 dieses Jahr da drauf gekommen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich lege da eigentlich gar nicht so viel Wert drauf, wie viele Abonnenten ich habe, wie viel Zugucken. Aber irgendwo freut man sich ja dann doch, wenn man sieht, okay, die Zahl krabbelt nach oben. Das, was du machst, gefällt den Leuten und sie wollen bleiben und mehr sehen. Das freut einen immer wieder sehr. Und ich hoffe einfach, dass ich euch mit meinen Videos unterhalten kann, euch den Tag ein bisschen versüßen kann, euch ablenken kann vom alltäglichen Stress, den man so hat. Und würde mich wahnsinnig freuen, falls ihr es noch nicht getan habt, jetzt auch noch mal einen kleinen Klick auf den Abo-Button zu hauen, damit ihr hier auf dem Kanal keine Videos verpasst, keine Let's Plays. Es geht im Januar ganz normal aktuell erst mal noch mit Planet Coaster und mit Zelda weiter. Ich hatte erst überlegt, ein neues Spiel noch mit reinbringen. Ich habe noch so viel auf meiner Liste, was ich unbedingt Let's Playen will. Aber ich habe selber auch gemerkt, dadurch, dass ich im Vollzeitjob bin, etc., dass zwei Spiele pro Tag das Maximum sind. So was von dem, was ich an Content bringen kann, um halt nicht nur arbeiten zu gehen und aufzunehmen. Von daher hängen wir jetzt gerade noch in den zwei Spielen fest. Ich hoffe, es kommt wieder eine Phase, wo ich dann mehr unterschiedliche Spiele noch anbieten kann. Ich muss mir da noch überlegen, ob man da irgendwie was umstellen kann. So in dem Video Content Upload, wie ich das irgendwie hinkriege. Ja, jetzt wünsche ich euch abschließend aber noch einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Kommt gut rein in 2023. Egal, ob ihr heute Abend Party mit Freunden, mit der Familie oder alleine macht. Ich werde hier an meinem PC chillen, ein bisschen zocken, werde mir um 0 Uhr denken, jo geil, neues Jahr und dann gehe ich ins Bett. Also Silvester ist so für mich. Okay, ist halt da. Ich hoffe aber, ihr habt heute einen wunderschönen Abend und Spaß und dann hören wir uns hoffentlich allerspätestens in 2023 wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.